Meine Damen und Herren, in dieser guten Stimmung rufe ich den Tagesordnungspunkt 40 auf, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag und zur Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes sowie weitere hochschulbezogene Vorschriften zu § 19.5752 und § 19.5253. Berichterstatterin ist unsere liebe Kollegin Karin Wolff. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, GRÜNEN und FDP, bei Stimmenthaltung von SPD und LINKEN den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. – Das ist auch die erste Wortmeldung. Karin Nachweide. Noch einmal, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ausschuss hat die Unterlagen der Regierungsanhörung zur Kenntnis nehmen dürfen und sie entsprechend ausgewertet. Er ist dabei, glaube ich, einhellig zu der Überzeugung gekommen, dass es sich um eine überschaubare Änderung des Hochschulgesetzes handelt, denn wir hatten eine große noch nicht vor allzu langer Zeit. Dementsprechend haben sich die Anzuhörenden zum Teil und auch positiv auf den Regelungsgehalt bezogen, zum Teil auch noch weitere Wünsche geäußert, was verständlich ist, aber was wir dann aufschieben werden zur nächsten größeren Änderung des Hochschulgesetzes. Ich denke, dass wir etwas haben, nämlich einen kleinen neuen Stern am Hochschulhimmel des Landes Hessen, der die bisherigen schon vorhandenen künstlerisch orientierten Hochschulen ergänzt, nämlich die Städelschule, die von einer künstlerischen Schule zu einer Hochschule erhoben wird. Dafür schaffen wir heute die gesetzliche Grundlage und werden die besondere Stellung entsprechend hervorheben. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, zwei Dinge zu korrigieren, die wir im letzten Hochschulgesetz geändert bzw. eingeführt haben, nämlich dem Orientierungsstudium noch ein paar kleinere Feinheiten im Blick auf BAföG hinzuzufügen und zum anderen bei der Frage des Tenure-Tracks, nämlich der Personalentwicklung an unseren Hochschulen, auch kleine Ergänzungen zu vollziehen, insbesondere um Verlängerungsmöglichkeiten bei Familienereignissen, die sicherlich in unser aller Sinne sind, und auch bei der Verstetigung der Stellen dort, wo es um externe Bewerber geht, die nach Hessen an eine Hochschule kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen auch aus den Nachrichten unserer Hochschulen, dass sie sehr stark auf die Regelung zu Tenure-Track warten und sehr froh um diese Möglichkeit der Personalentwicklung sind. So etwa kürzlich hat die TU Darmstadt im Ausschuss gesagt, die Hälfte wollen sie von innen und die Hälfte von außen besetzen. Dafür ist diese Regelung auch von beachtlicher Bedeutung. Es ist nicht zu verschweigen, dass der Anlass der Gesetzesänderung ein Staatsvertrag ist, der durch einen verfassungsgerichtlichen Beschluss notwendig geworden ist. Insofern werden wir insbesondere Nordrhein-Westfalen zum 01.01. dazu verhelfen, aber auch letztlich allen Ländern, dass sie im Blick auf die Akkreditierung eine rechtsförmliche Regelung in Zukunft haben werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrenzter Inhalt, aber guter und schöner Inhalt. Insofern bitte ich um breite Zustimmung. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolff. – Das Wort hat der Abg. Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man kann diesen Gesetz relativ kurz machen. Es ist erstens wie immer ein verspätetes Gesetz. Kurz vor Jahresende muss es in Kraft treten. Es wurde am 11. September eingebracht. Es ist zweitens wie häufig ein Sammelgesetz, in dem mehrere Sachverhalte zusammengerührt sind. Es ist drittens deswegen ein schwieriges Gesetz, weil zwei Sachverhalte, nämlich den Staatsvertrag samt Tenure-Track und die Erhebung der Städelschule zur zweiten Kunsthochschule ist völlig unproblematisch für uns. Der Rest ist ein Sammelsurium von kleinen Änderungen, die eigentlich, wenn man sie ordentlich bearbeiten würde, nach den Unterlagen der Regierungsanhörungen eine vertiefte Betrachtung des Hochschulgesetzes bedeuten würde. Da Sie aber der Meinung waren, das alles in einem Paket zu machen, werden Sie zu diesem Antrag keine Zustimmung bekommen, sondern, wenn wir uns einig sind, dass wir auch einmal das Hochschulgesetz in der nächsten Runde wieder anschauen, eine kraftvolle Enthaltung. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Grumbach. – Nächster ist der Kollege Daniel May, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Regelungsgehalt der HG-Novelle ist in der Tat überschaubar. Wir müssen etwas zur Akkreditierung machen. Wir regeln die Aufnahmen der Städelschule. Wir regeln etwas zum Orientierungsstudium und etwas im Bereich der Qualifikationsprofessuren und ein paar kleine Änderungen, die sich durch Änderungen in anderen Gesetzen ergeben haben. Trotzdem sind diese Änderungen für die Hochschulen und für das Studium in Hessen im Einzelnen von Bedeutung. Auch wenn das schon teilweise ausgeführt wurde, möchte ich doch für meine Fraktion noch kurz unsere Haltung erläutern. Zum einen wird die Akkreditierung neu geregelt. Das ist notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht dazu ein Urteil zur landesgesetzlichen Regelung in Nordrhein-Westfalen getroffen hat, die im Wesentlichen aussagt, dass das Akkreditierungswesen im Prinzip mit der Verfassung vereinbar ist, aber besser begründet werden müsste. Das haben wir jetzt auch im Hessischen Landesgesetz ausgeführt. Ich glaube, dass das sinnvoll ist. Das Akkreditierungswesen wird dann und wann auch an sich kritisiert. Da ist auch an der Kritik manches Zutreffendes dran. Trotzdem glaube ich, dass die Akkreditierungen an sich auch viel Positives bringen, insbesondere der Blick auf die Studierbarkeit von Studiengängen, also der Blick der Studierenden, wird dort anders eingebracht in die Gestaltung von Studiengängen. Im Allgemeinen ist es auch für Hochschulen gut, wenn ein Blick von außen eingefahrene Prozesse neu bewertet. Das nächste Thema ist die Aufnahme der Städelschule als 14. Hochschule dieses Landes im Geltungsbereich des Hochschulgesetzes. Dazu hat die Kollegin Wolff schon viel Richtiges gesagt. Ich möchte nur hinzufügen, dass damit die Schwerpunktsetzung der Koalition von CDU und GRÜNEN, wo wir im Hochschulbereich eine besondere Schwerpunktsetzung im Bereich der Kunsthochschulen gesetzt haben, auch hier ihren Ausschluss findet, indem wir das Städel zur Hochschule des Landes Hessen machen. Ich glaube, dass das auch sehr gut ist, im Bereich der Kunsthochschulen noch einmal einen Schwerpunkt zu setzen. Ein weiterer Punkt ist die Frage der Qualifikationsprofessuren. Dort geben wir einen Wunsch der Hochschulen nach, die da sagen, dass wir dort quasi der Personalentwicklung an den Hochschulen neue Möglichkeiten geben wollen. Diese Regelung kommt jetzt auch passgenau zur Frage des Tenure-Track-Programms. Das hatten wir vorgestern im Rahmen des Hochschulhaushalts schon einmal darüber geredet, dass wir da als Land Hessen sehr erfolgreich waren. Da schaffen wir neue Karrieremöglichkeiten für Nachwuchswissenschaftler. Letzter Punkt, den ich erwähnenswert halte an dieser Stelle, ist die Frage des Orientierungsstudiums. Hier wird die gesetzliche Grundlage für ein Projekt geschaffen, das wir als CDU und GRÜNE im Koalitionsvertrag bereits vorgesehen haben. Es geht darum, die Studieneingangsphase so neu zu gestalten, dass wir in Pilotprojekten einführen wollen, dass Studierende sich zunächst nicht in einzelne Studiengänge, sondern eben in Orientierungsstudiengänge einschreiben können. Hier war noch einmal eine Nachschärfung möglich, damit im nächsten Jahr möglichst viele Orientierungsstudiengänge als Pilotprojekte auf den Weg gebracht werden können. Ich glaube, Orientierungsstudiengänge sind sehr wichtig, weil sie eine neue Möglichkeit geben, den Studienabbruch zu reduzieren, weil sie die Eingangsmöglichkeit ins Studium für die Studierenden neu schaffen. Ich glaube, dass das auch ein gutes Ziel ist, hier den Studierenden, die vielleicht unsicher sind, eine neue Möglichkeit zu geben. Das ist also ein überschaubarer Regelungsgehalt, aber alles, glaube ich, zum Vorteil der Hochschulen im Lande Hessen. Deswegen bitte ich auch um Ihre Zustimmung. Vielen Dank, Kollege May. – Das Wort hat Frau Abg. Knell, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben bereits in der ersten Lesung und im Ausschuss unsere Haltung klargemacht. Deswegen kann ich es jetzt auch kurz halten. Es lässt sich nun eigentlich nur noch hinzufügen, dass auch die Auswertung der Regierungsanhörungsunterlagen keine Ansatzpunkte ergeben haben, die dem Gesetz zur Umsetzung des Staatsvertrags sowie zur Änderung der hochschulrechtlichen Regelungen entgegenstehen. Es sind aber einige hochschulpolitische Punkte, die nicht direkt im Zusammenhang mit dem zu regelnden Sachverhalten und dem Staatsvertrag aufgetaucht, die im Rahmen einer größeren Hochschulgesetznovelle noch einmal ausführlicher diskutiert und geprüft werden sollte. Herr Minister hat ja auch schon im Ausschuss gesagt, dass wir das dann tun werden. Nach Rücksprache sowie auf Bitte der Hochschulen nach einer schnellen Umsetzung werden wir dem Staatsvertrag deswegen zustimmen. Vielen Dank. Ich bitte schon, die Fraktionen darauf zu achten, wenn ihre Rednerinnen fertig sind, damit dann auch rechtzeitig klatschen werden kann. Das Wort hat Frau Kollegin Janine Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, das wurde jetzt mehrfach gesagt, umfasst in der Tat nur eine relativ begrenzte Anzahl von Änderungen. Das eine ist, dass die Städelschule zur Hochschule wird. Das finden wir richtig. Dem könnten wir zustimmen. Aber es sind ja noch ein paar andere Dinge mit drin. Ich will nur sagen, bei dem Thema Akkreditierung, auch wenn es ein Staatsvertrag ist, würden wir uns ein paar Sachen auch anders wünschen. Das Problem ist aber auch eher etwas, was eben nicht drin ist. Frau Wolf hat gesagt, wir müssen dann einmal schauen, dass man die nächste Hochschulgesetznovelle nutzt. Aber wir haben schon bei der letzten Hochschulgesetznovelle, die wir hatten, auch die war schon relativ schmal. Jenseits des Promotionsrechts war nicht so viel Substantielles drin, was dort geändert wurde. Deswegen finde ich das größere Problem, die Punkte, die Sie nicht anpacken. Stichwort Demokratisierung der Hochschulen z.B. Stichwort, die Verpflichtung der Hochschulen, Drittmittel einzuwerben, viele andere Stellen, die bessere Studierbarkeit. Das sind alles Dinge, die man im Hochschulgesetz regeln könnte. Das machen Sie nicht. Deswegen werden auch wir uns bei dem Gesetzentwurf enthalten. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Herr Minister hat das Wort. Boris, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat ist das eine klitzekleine Novelle. Darüber haben wir uns im Ausschuss auch schon unterhalten. Nichtsdestotrotz müssen wir Sie so wenige Tage mit dieser Novelle dennoch befassen, weil es mindestens zwei Punkte gibt, die trotz der Größe der Novelle von einer, wie ich finde, weitergehenden Bedeutung sind. Na ja, historisch nicht. Na, vielleicht doch ein bisschen historisch. Ein bisschen historisch schon, wenn ich mir die Städelschule anschaue. Aber der Studienakkreditierungsstaatsvertrag, ein wunderschönes langes Wort, hat natürlich schon Bedeutung für unsere Hochschulen. Das ist ein außerordentlich wichtiges Thema, weil das natürlich das Qualitätssicherungssystem für Studiengänge in Deutschland ist. Das System hat sich grundsätzlich bewährt. Ich glaube, auch das kann man feststellen. Allerdings müssen wir natürlich den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hier entsprechend entsprechen und eine gesetzliche Grundlage schaffen. Frau Wissler, das ist eben so. Darüber muss man sich ja gar nicht streiten. Da beißt am Ende die Maus keinen Faden ab. So kurz vor Weihnachten wollte ich das schon einmal gesagt haben. Es ist eben die Krux von Staatsverträgen, dass man, auch wenn es an manchen Stellen ein hart verhandelter Kompromiss zwischen den beteiligten Ländern ist, dass man ihn dann am Ende nur in seiner Gesamtheit, und zwar unverändert, annehmen kann. Ich glaube, das kann man mit ganz gutem Gewissen tun. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den Frau Abg. Wolf angesprochen hat, und Herr May, ist, dass unsere Hochschulfamilie, die bislang aus 13 Familienmitgliedern starken und stolzen Hochschulen besteht, jetzt einen prominenten und exzellenten Zuwachs erhält. Ich habe Ihnen schon in der ersten Lesung versprochen, dass ich mich hier ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen werde. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Städelschule, die 14. Hochschule unseres Landes, und das muss man sagen, ist schon – ich will jetzt nicht mit historisch arbeiten, Frau Wissler, das wollen wir uns ja sparen –, aber es ist ein bisschen historisch, denn das ist ein wirklich namhafter Zuwachs. Ich habe Sie vor wenigen Tagen einmal mehr wieder besucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder sehr beeindruckt von der Exzellenz, aber auch von der künstlerischen Qualität, die dort herrscht. Unser Bundesland ist nun wahrlich nicht arm an Kultur- und Wissenschaftsstandorten. Aber das ist in der Tat eine Einrichtung von Weltrang, national und international. Wer in der Welt der Kunst und der Kultur etwas auf sich hält, der ist hier gewesen als Lehrender, als Studierender. Denken Sie an Max Beckmann, Ottmar Hörl, Anne Imhoff, Gerhard Richter, Jörg Immendorf. Alle haben Sie die Städelschule geprägt, aber auch die Städelschule hat Sie geprägt, und insoweit ist das schon ein wichtiger Tag. Für den Statuswechsel haben wir im Doppelhaushalt Vorsorge getroffen. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass wir das jetzt mit einem Jahrvorlauf im Hessischen Hochschulgesetz anpassen. Unser neuer und von mir außergewöhnlich geschätzter Kollege Bodo Pfaff-Greifenhagen und der Kollege Kassegert. Mit den beiden war ich vor Kurzem bei einem Symposium in der Philips-Universität in Marburg, der Mellon-Stiftung. Dort hat mich der Kollege Pfaff-Greifenhagen gefragt, welche denn die jüngste Hochschule des Landes Hessen sei. Da konnte ich mit großem Stolz auf eine andere Einrichtung von Weltrang, nämlich auf die Hochschule Geisenheim, verweisen. Wer in der Welt des Weinbaus und wer in der Welt der Önologie etwas auf sich hält, der war irgendwann einmal dort. Das ist die Liga, in der wir spielen. Geisenheim, Adelaide, Bordeaux. Deswegen haben wir auch hier eine Plattform geschaffen. Ich bin sehr sicher, lieber Bodo Pfaff-Greifenhagen, dass die dort, weil sie mittlerweile gemeinsam mit Gießen in der Klimaforschung sehr stark unterwegs sind, dafür Sorge tragen werden, dass Ihr bevorzugter Wein, nämlich der Barolo, und Ihr bevorzugter Käse, der Gorgonzola, auch hier in Hessen hergestellt werden können. Da können Sie einmal sehen, was alles möglich ist. Meine Damen und Herren, es spricht also alles dafür, dass man den vorliegenden Gesetzentwurf auch als Gesetz verabschiedet. Lassen Sie mich zwei Sätze, verehrte Frau Kollegin Knell, zum Ausgang der Regierungsanhörung sagen. Ich habe das in der Tat zugesagt. In den Stellungnahmen, das stimmt, wurde die Gelegenheit genutzt, alles noch einmal aufzubringen. Das ist ein normaler Vorgang. Darüber darf man sich nicht groß wundern. Es gibt viele Anregungen, die da gemacht worden sind. Ich habe aber bewusst entschieden, weil es ja eine Regierungsvorlage ist, dass wir es zu einer kleinen Novelle machen und dass wir wirklich nur die beiden Sachverhaltsregeln bzw. noch weitere, die unbedingt dringend sind, die Herr May aufgezählt hat, und dass wir das dann wirklich, was alles noch aufgerufen worden ist, bei der nächsten großen Novelle einer fachlichen Prüfung unterziehen. Ein Gesetz kann immer besser werden. Ich meine, das Hessische Hochschulgesetz ist in unserer Zeit schon zu einem außergewöhnlich guten Gesetz geworden. Das spüren die Hochschulen auch, das sagen die Hochschulen auch. Herr Minister, Sie kommen dann bitte friedlich zum Ende. Es ist schade bei diesen kurzen Redezeiten. Sonst würde ich mich da gerne noch ein bisschen länger auslassen. Aber ein Gesetz kann immer besser werden. Deswegen werden wir uns gemeinsam mit Ihnen in der bewährten Form, auch in der nächsten Legislaturperiode, um das Hessische Hochschulgesetz kümmern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben wir Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? SPD, Fraktion DIE LINKE. Dann ist das so beschlossen. Dann ist das so beschlossen und zum Gesetz erhoben.